Ihr wolltet wissen, wie man einen M4-Karabiner von einem M4-1-Karabiner unterscheiden kann. Das ist relativ einfach und zwar hat der M4-Karabiner einen mechanisierten Feuerstoß, der M4-1-Karabiner hingegen hat Dauerfeuer. Die beiden Waffen sind von außen kaum zu unterscheiden, bis auf eine Ausnahme und zwar sehr sehr frühe M4-Karabiner haben noch einen nicht abnehmbaren Tragegriff.